So, es gibt hier von Nico das Bang & Scream. Ich mach erstmal voll das Ding. So, wir haben den Ständer voll gemacht. Wir fangen an mit Weiß. Weiß. Nicht schlecht. Jetzt kommt die gelbe. Gar nicht mal verkehrt. Was kostet der Z? 13 Euro oder sowas? 17 Euro. 13? Okay. Die blaue. Gar ne schlechte Sache. Jetzt kommt die lila. Rote, pinte. Wie auch immer. Nicht schlecht. Jetzt kommt die Sound-Rakete. Jetzt kommt die Scream. Pink. 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 Die Sperr. Gude. Für die Koe. Puh. 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 Oh, komm schon. klare kaufempfehlung